Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Ja, im letzten Part, da waren wir hier in diesem Dorf unterwegs oder was es ist und haben hier übernachtet. Und wir wollen jetzt weiter das Dorf oder was es hier ist erkunden und uns umschauen, ob wir hier nicht irgendwo was Nützliches finden. Hallo! Bei einem Abenteurer sollte man bestimmte Gegenstände stets dabei haben. Blätter, Nektar und Honig zum Beispiel. Bei einem Abenteuer. Wenn dein Hund K.O. ist, hilft bestimmt ein Hundekuchen. Okay, ein Hundekuchen. Ich war in Vulgurs Höhle und habe ihn dort gesehen. Vielleicht ist Schlauenbär doch dort etwas zugestoßen. Wurzel gefunden. Zwei Tropfen Wasser gefunden. Okay, schön alles einsammeln, was wir hier finden. Wo geht's eigentlich hier lang? Zwei Stücke Wachs gefunden. Da geht's raus aus dem Dorf. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Und da ist noch jemand. Alchemie bedeutet Elemente so zu vermischen, dass Magie entsteht. Meine Familie beherrscht die Alchemie seit Generationen. Je öfter man Magie benutzt, desto wirkungsvoller wird sie. Okay, Alter, du bist da gerade in der Tür, in die ich rein wollte. Oh, ich kann durchlaufen. Ist ja geil. Ohne Kampfanzug bist du in der Wildnis verloren. Zufällig habe ich etwas im Sortiment. Wie kann ich dir helfen? Einkaufen. Oh, Moosweste. Okay. Es tut mir leid, aber du hast nicht genug Krallen, um das zu kaufen. Was? Ja, toll. Gemüsearmband, was? Hippie-Mütze. Sorry, ich habe nicht genug für irgendwas. Das müssen wir auf später auf... Das müssen wir auf später verschieben. Hoppala. Oh. Bin ich denn hier gelandet? Aha. Ein geheimer Raum, oder was? Fünfmal Asche gefunden. Das ist ja geil. Weil war es nur ein Zufall, dass ich hier entlang bin, ne? Aber ist ja gut. Wenn wir was finden, dann ist es klasse, natürlich. Mit den magischen Flügeln kannst du aus Verließen und Labyrinthen fliehen. Okay. Was haben wir denn hier? Wasser. Zwei Wurzeln und vier Tropfen Wasser. Hallo Reisender. Ich habe das beste Geschäft im Dorf. Wie kann ich dir helfen? Einkaufen. Oh, Elixier. Was haben wir denn hier noch? Hundekuchen, zwei Stück. Und Elfenstaub, aber der ist zu teuer. Und zwei Blätter. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall mal einen Hunde... Äh, zwei Hundekuchen. Ne, dann haben wir... Achso, dann haben wir schon... Achso, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Wir haben bereits einen und jetzt haben wir zwei. Dann holen wir uns jetzt Elixier. Und nochmal Elixier. Und mal noch solche Blätter. So. Dann reicht es aber auch schon an Einkauf. Denke ich zumindest. Also, ja. Wäre so. Für mich jetzt bereits genug. Hallo? Die Echsen brüht vom großen Vulkan würde niemals zu uns ins Dorf kommen. Die Echsen haben Angst vor Feuerauge. Die haben Angst vor ihr. Aber wieso denn? Warum haben die Angst vor ihr und vor mir nicht? Das geht ja mal gar nicht. Das können wir doch nicht zulassen. Achso, hier ist Feuerauges Haus. Genau. Pass gut auf. Tanzen, Lexi. Lexi, do it again. Das war spaßig, oder? Schlauer Bär ist in der Käfersteppe und sucht nach Alchemiezutaten. Hoffentlich stößt ihm dort nichts zu. Ja, hoffentlich. Wenn Schlauer Bär auf Feuerauge gehört hätte, wäre er jetzt nicht in Gefahr. Tja, so ist das halt manchmal, ne? Und die sind alle schon offen, wie es scheint. Da war ich also schon drin. Tja. So, hier ist aber nichts mehr. Oder? Ah, da kommen wir... Doch, da kommen wir hin, glaube ich. Aber... Hoppala. Vielleicht ja mit... Okay, da ist nur ein Viech. Hallo? Boah, das wollte ich nicht. Hallo? Ih, da ist ein Viech. Das guckt er raus. Da wollen wir nicht hin, wenn da so ein Viech rausguckt. So, wo müssen wir jetzt denn genau nochmal hin? Wir gehen nochmal zu Feuerauge und fragen sie. Hallo, Feuerauge. Gehe bei den Treibsandfeldern nach Osten, um zur Käfersteppe zu kommen. Wenn du Schlauen Bär dort findest und zurückbringst, werde ich dir helfen. Möchtest du neue Formeln auswählen? Ich glaube schon. Okay, haben wir. So, aber jetzt... Treibsandfelder. So, wo sind die Treibsandfelder? Gibt es hier irgendwo eine Karte? Feuerauge kam vor vielen Jahren zu uns. Es war wie ein Wunder. Sie kam mit einem seltsamen Gerät angeflogen. Okay. Nein, danke. Wir kaufen jetzt nichts ein. Da kommen wir nicht raus. Vielleicht müssen wir wirklich nach Norden da oben. Oder wie oder was. Also da ist das Hotel. Überall sind Feuerdinger. Boah, Uhrzeitmenschen. So, komm. Ich glaube, hier müssen wir lang. Hier hoch. Hoppala. Sind wir denn hier überhaupt richtig? Ah, doch nicht das da. Hoppala. Hä? What the fuck? Oh je. Können wir denn da überhaupt durch? Scheint nicht so. Okay. Gut, dann nicht. Zumindest kommen wir da jetzt nicht durch. Oh ja, der Dschungel. Da müssen wir wahrscheinlich im Süden oder so. Irgendwo raus. Ah, geht doch mal aus dem Weg, ihr Menschen. Ihr seid immer im Weg. Immer. Vielleicht ja hier irgendwo. Oh, hör auf zu knurren. Das hört sich an, als ob mein Magen knurrt und da kriege ich Hunger. Das ist gar nicht gut. Glaubst du das? Ja. Ah, erwischt. Nicht gut. Yeah, Hundi hat's erwischt. Okay, okay. Hier ist nichts mehr. Ui, kaputt. So, bitteschön. Ui, kaputt. Okay, okay. Da ist noch ne Kiste. Wie kommen wir denn da hin? Ah, wie kommen wir da hin? Ah, scheiße. Ich bin mal reingelaufen. So, kaputt. Da kommen wir auch nicht lang. Okay, dann müssen wir da irgendwie anders. Okay, den Moskito erwischen wir jetzt auch nicht mehr. Struppi erreicht Level 2. Yay. Schön, Struppi. Wunderbar. Hoppala. Yeah, kaputt. Hier waren wir wohl schon. Okay, ich muss ein bisschen auf die Leben aufpassen hier. Es ist so laut. Achso, ich habe vergessen, die Lautstärke runterzuregeln. Ha, ha. Scheiße. So, bitteschön. Okay. Da kommen wir auch nicht hin. So, geht's hin hier weiter. Ja, kaputt. Ja, kaputt. Wir haben sie kaputt gemacht. Hooray. Okay. Äh. Yeah. Nochmal kaputt gemacht. Da waren wir auch schon. Okay. Gut. Aber sind wir denn hier überhaupt richtig? Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Hoppala. Wo kommt denn jetzt der Pilz her? Mach doch das Viech kaputt. No. Okay, kam mit. Wir sind hier falsch. Oder? Äh. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Wir sind in die Treibsandfelder. Oh. Ich habe eine Wurzel gefunden. Cool. Oh, cool. Ich habe eine Wurzel gefunden. Man kann das Zeug hier einsammeln. Das ist sehr interessant. Oh. So. Mist. Na toll. Wow, ich habe es erwischt. Bam. Das ist aber auch ihr Glück. So. Sind wir jetzt wieder im Dorf? Ja. Vielleicht ist hier drüben ja irgendwo was. Ach, da geht es auch raus. Cool. Sind wir jetzt hier richtig? Yeah. Kaputt. Äh. Verdammt. Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. Nichts Hitzeblitz. Nein. Äh. Gefinden. Wahrscheinlich eher. Nein, verdammt. Gefinden. Äh. Ja, andere Figur. Michis Status. Ja, und wie kann ich jetzt was zu mir nehmen? Äh. So, Moment. Äh. Oh. Ah, jetzt habe ich es. Aber warte, Nektar ist wahrscheinlich... Oh, jetzt habe ich wahrscheinlich was ganz Falsches eingesetzt. Ah, nee. Okay, das war gut. Okay. Ah, verdammt. Äh, nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, gut. Oh, ich habe was gelernt. Nämlich, wie man Items einsetzt. Aha. Da ist hier nächste gleich. Gut. Die machen wir auch gleich kaputt. Michi erreicht Level 3. Yeah. Oh. Ah, langsam komme ich voran. Oh, wow, wow, wow. Was ist das denn? Ah, da kommen wir nicht ran, aber in das hier. Okay, okay. Oh, das sind wohl die Treibstandfelder. Ja. Da kommt noch so ein Viech. Verdammt, nicht getroffen. Oh je. Okay. Ah, da kommen wir auch nicht lang. Gut. Okay, okay. Ruhe bewahren. Oh. Hier etwa, oder was? Hoppala. Ah, nicht in die Löcher fallen. Nach Osten, oder? Ah, verdammt. Wow, wir haben Schaden gemacht. Rupsala. Fuck. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, das war ja noch cooler als das Warpen bei Captain Fiction. Okay. Sind wir jetzt in hier gelandet? Hallo. Du musst sehr schnell sein, um nicht Opfer des Treibstands zu werden. Du brauchst die Schnelligkeit des Jaguars. Das hört sich besser an, als elendigem Sand zu versinken. Der Jaguar ist in meinem Besitz. Er macht dich zum schnellsten Lebewesen in dieser Welt. Du erhältst ihn gratis, wenn du etwas bei mir kaufst. Wie kann ich dir helfen? Okay, okay, okay. Ah, was wollen wir denn kaufen? Wieder Nektar am besten. Aber das kostet zu viel. Also doch wieder Elixier. Oder Blätter. Holen wir uns Blätter. Die sind wahrscheinlich eher besser. Bitte nimm den Jaguar-Ring als mein Geschenk an dich. Dankeschön. Huah, Jaguar-Ring erhalten. Danke. Huh. Halte A gedrückt, um zu rennen. Achte aber auf deine Energie. Ein langer Sprint kostet viel Kraft. Okay, Wasser gefunden, Wasser gefunden, Wasser, Lehm gefunden. Okay. Äh. Stupi. Und? Wie viel heilt es? Hui. Okay, 40. Sehr gut. Okay, dann werden wir uns nur noch mit Blätter heilen und den Nektar nächstes Mal sparen. Bäh. Bäh. Sind wir überhaupt richtig? Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Wir sollten diese Sandstrudelwelt besser umgehen. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Treibsand zwischen den Zehen. Okay. Okay. Gut. Ich glaube nämlich irgendwie, dass wir hier falsch sind. Okay, im... Ah, jetzt. Im Sprung kann man die verletzen. Verdammt. Oh, so viele. Geh mal lieber. Shit. Shit, warum machen wir so wenig Schaden? Schon besser. Sehr schön. Okay. Perfekt. Okay. Äh, nur eins. Egal. Null. Geht weg. Wow, das ist kaputt. Sehr gut. Oh, verdammt. Warum macht das so viel jetzt aus? Hier. Hoppala, der ist explodiert. Okay. Und jetzt? Bam, bam. Okay. Okay, da ist noch eine Pflanze. Wow, wo kommt denn das jetzt her, das Viech? Oh, die respawnen so schnell. Okay, geh mal lieber. Hier. Ähm. Verdammt. Shit. Oh, warum kann ich es nicht so schnell hier? Okay. Bam, kaputt. Okay, sehr gut. Ah! Hier geht es aber nicht weiter, verdammt. Äh. Ich brauche nochmal. Ich brauche nochmal die, die, ähm... Hilfe von... dem... von Feuerauge. Oh, oh. Okay, gleich mal an Michi hier, ähm... Plätscher gegeben, damit der hier geheilt ist erstmal. Und dann die Blume kaputt gemacht. Whey! Wir sind so gut. Und Feuerauge, wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Magst du mir das jetzt mal verraten nochmal? Ich hab mir den Weg nicht gemerkt. Ich bin... ein wenig, äh... dumm, was solche Spiele betrifft. Ich bin leicht, äh... behindert. So. Geh bei den Treibsinnfeldern nach Osten, um zur Käfersteppe zu kommen. Wenn du Schlauenbeerf dort findest und zurückbringst, werde ich dir helfen. Hm, ich muss nicht sein. Okay. Okay, okay, okay. Dann geht's jetzt los. So. Dann geht's jetzt los. Dann gehen wir jetzt zur Käfersteppe. Im Osten. Der Treibsinn fällt da nur. Verdammt! Und? Sehr schön. Gut. Die Blume ist kaputt. Okay, okay. Bam! Im Osten. Aber nicht wahrscheinlich hier. Nee, in der Käfersteppe im Osten. Also, die Käfersteppe muss doch irgendwo sein. Verdammt! Äh, Mist. Also, ich muss warten, bis ich auf 100% wieder bin. Okay. Ah, geh mal mal lieber, Hundi. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder bei dem einen Gebiet. Aber der Ladewirtschaft dauert gerade so ewig. Hallo? Hallo? Spiel? Willst du? Hallo? Also, irgendwie dauert mir das gerade ein bisschen, äh, lange mit dem Laden hier. Hallo? Hallo? Augenblick mal. Okay, es geht. Run. Hm. Alles kaputt oder wie gerade? Hallo? Ich glaube, ich werde hier kurz einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.